Der nachfolgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von Alicke, Karosserie und Lack, Rielasinge. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier in Rielasinge-Worblinge bei der Lehrstelle Börse. Wir haben heute der 18.11.2017. Ich habe vorher bei der Eröffnungsansprache gesagt, letztes Jahr war es eine Notlösung. Dieses Jahr wird es zum Standard. Wir haben ein unglaubliches Repertoire an Aussteller. Von der Industrie bis zum kleinsten Handwerksbetrieb überregional befindet sich heute hier auf dieser Messe. Es ist ein reges Treiber. Wir haben von meinem Gefühl her gegenüber letztem Jahr ist der Zuspruch, auch was die Schüler und die Eltern angeht, noch bedeutend stärker. Es findet ein reges Interesse statt. Wir sind unglaublich überrascht von dem Feeling, schon am Anfang dieser Veranstaltung, wie positiv das Ganze für den heutigen Tag für uns beginnt. Liebe Jungs, liebe Mädchen, ich bin Susanne Hillen, Ausbildungsberaterin bei der Handwerkskammer. Und möchte euch herzlich einladen, euch für 125 spannende Handwerksberufe zu interessieren. Da ist für jede und jeden etwas dabei. Und Handwerk hat insbesondere heutzutage goldenen Boden. Das heißt, wenn ihr eine Ausbildung im Handwerk gemacht habt, dann steht euch die Welt offen. Hi, also die Ausbildung bei allweil ist super, es macht Spaß, man arbeitet mit vielen Leuten zusammen. Wir haben tolle Produkte, ganz viele unterschiedliche Punkten. Ja, kommt vorbei, bewerbt euch, wir freuen uns. Bis dann, wir sehen uns. Die Börse hilft bei der Auswahl von meinem Beruf, Neues zu finden und Neues kennenzulernen. Also es macht mir sehr Spaß hier, dass es hier auch so Möglichkeiten gibt. Und ich würde mich hier sehr freuen, wenn jedes Jahr hier was wäre und es macht mir sehr Spaß und es freut mich hier. Wir sind vom Raumschule Petzholz und wir sind ein Raumausstatter. Ein Raumausstatter hat fünf Schwerpunkte, Boden, Tapete, Vorhänge, Lichtsicht und Sonnenschutz und Vollstand. Also ich finde es gut, dass hier sowas angeboten wird für Ausbildungsberufe, weil ich bin in der 10. Klasse und weiß noch nicht, was für eine Ausbildung ich machen kann. Aber das hilft mir dabei. Hallo, guten Tag, wir sind die Firma Elgo Electronics. Wir machen Mess- und Steuerungstechnik. Die Ausbildungsberufe sind Industriekaufmann, Elektroniker, Fachkraft für Lagerlogistik sowie auch IT-Informatik. Und ja, die Ausbildung macht super viel Spaß und wir fühlen uns hier super wohl auf der Messe. Kommt zu uns, wir sind wirklich ein ganz toller Betrieb. Wir bieten ihnen viele tolle Ausbildungsplätze und sie können viel mitnehmen. Ich finde es hier auch sehr gut, weil wir können dann wissen, was wir nach der Schule machen. Entweder eine weiterführende Schule oder eine Ausbildung. Das macht einen zweiten Mal, jeder will noch ein bisschen prev dispersierter, das wir machen können. Das macht von der Schule oderеп Odyssele reflektiert. Auch, Mensch, wir sind dieIDE. Und das wird fertig sein, wenn es immer gut geht. So, herzlich willkommen bei uns an der DEHOGA. Wir sind heute vertreten mit dem Bergerastoff von Proseneg. Wir bewerben unsere Berufe wie Koch, Hotelfach, Restaurantfachfrau. Man hat die Möglichkeit auf der ganzen Welt zu schaffen. Arbeitszeiten sind nicht mehr so ganz krass wie früher. Bis zum nächsten Mal.